In der Ware sind Stammdaten für Adressen und Projekte hinterlegt. Was sind Stammdaten? Stammdaten sind Listen von Vorschlägen, welche ihr Eigenschaft ausgefüllt werden können. Zum Beispiel die Branchen oder die Gewerke bei den Adressen oder auch die Anreden bei den Adressen, welche hier gezeigt werden. Verwalten. So können Stammdaten für diverse Adresseigenschaften zugewiesen werden. Und hier sind es die Anreden. Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr. Vielleicht kann man hier noch brauchen, neu erstellt aus der Funktionenleiste. DH, Adressformel, Anredeformel, sehr geehrte Damen und Herren. Dann ist das hinterlegt. Genauso können unter Verwalten noch weitere Branchen und so weiter hinterlegt werden. Auch über die Werkzeugleiste neu. Wenn es zurück nach Verwalten geht, kann man bei den Adressen eine Adresse auswählen und im Formular die Anrede auswählen. Und hier dann abhängig von der Person oder von der Firma das, was in den Stammdaten hinterlegt ist, auswählen und übernehmen. Und hier dann abhängig von Menschen. Boo! Gott, diagnosed.